So, auf dem YouTube-Kanal habe ich wieder eine nette Frage bekommen von Jannik. Er schreibt, Studenten, die einen Nebenjob in der IT-Branche suchen, haben es nicht leicht. Es kommt sehr oft die Frage, was haben Sie für Erfahrungen? Was würden Sie Studenten raten? Wie gewinnt man Erfahrungen, egal ob man das Studium anfängt oder schon mittendrin ist? Eine schöne Frage, sehr interessante Frage. Wie kommt Erfahrung zustande? Ganz einfach, man muss etwas tun, man muss etwas erleben und Erfahrung wird noch ein bisschen wertvoller dadurch, wenn man das, was man getan und erlebt hat, was man macht, auch noch reflektiert. Dass man also versteht, was hat man dort an Erfahrung gemacht, wie waren diese Erfahrungen, kann ich diese Erfahrungsqualität ändern und so weiter. Also das Tun, das Machen und das Erleben ist wesentlich, um Erfahrungen zu sammeln. Wenn wir über Informatik sprechen, gibt es ein schönes Mittel, wie Sie Erfahrungen sammeln können. Sie müssen programmieren, mir Projekte machen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Sie können sich an einem Open-Source-Projekt beteiligen, in Ihrer Freizeit, neben dem Studium. Sie können anfangen, Vorlesungsinhalte zu programmieren, die dann vielleicht sogar dem Dozenten, der Dozentin vorlegen, vielleicht Feedback dazu bekommen. Sie können diese Sachen als Web-Anwendung umsetzen, als mobile App umsetzen. Das sind Ihre ersten RG-Versuche, aber Sie werden damit Erfahrung sammeln, indem Sie etwas machen. Was mir ganz wichtig dabei ist, gehen Sie auf GitHub, veröffentlichen Sie Ihren Code, machen Sie ihn diskutierbar. Vielleicht finden Sie auf diesem Weg auch andere Gleichgesinnte, die Lust haben, sich mit Ihnen auseinanderzusetzen. Und dann haben Sie eine kleine Community, mit der Sie an etwas arbeiten können, was auch wieder schön ist. Der andere Effekt ist, wem auch immer Sie eines Tages darum bitten, Ihnen einen Job zu geben. Wenn Sie also auf der Jobsuche sind, Sie können Ihr GitHub-Repository zeigen, gleich als Link dabei. Und das ist als Wirkung nicht zu verachten. Es gibt aber auch noch schöne andere Möglichkeiten, wie Sie Erfahrungen sammeln können. Besuchen Sie zum Beispiel Barcamps. Das sind diese Unconferences. Da treffen sich Menschen meistens unter einem Hauptthema. Und da wird dann erst an dem Tag selber, stellen Leute ihre Themen vor, gehen dann in Sessions. Es wird abgestimmt, Sie gehen in Sessions. Sie lernen etwas, Sie lernen Menschen kennen. Und wenn Sie ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, können Sie auch versuchen, mit Ihrem Thema eine kleine Session anzubieten. Das wäre zum Beispiel irgendetwas zu Scrum, zur Programmierung, User Stories, Projektmanagement oder irgendein Fach- oder Spezialwissen zu irgendetwas wie Datenschutz, für das Sie sich möglicherweise interessieren. Oder Sketch Notes, Graphic Recording, dass man also, wenn jemand einen Vortrag macht, solche Sachen schön grafisch mitnotiert. Lesen Sie irgendetwas. Machen Sie sich damit vertraut. Das üben Sie dann, das wenden Sie an. Sie sammeln damit erste Anwendungserfahrungen. Das nennt man eben wieder Erfahrung sammeln. Dann können Sie auf so einem Barcamp vielleicht auch selber einen Workshop anbieten mit Ihren Erfahrungen zum Graphic Recording, zum Programmieren mit React Native, indem Sie Ihre erste Mobil- oder mehrere Mobil-Apps schon gemacht haben. Oder wie kriegt man 10.000 Follower auf Instagram innerhalb von zwei Wochen. Probieren Sie es doch mal aus. Vielleicht gibt es schöne Hacks, woran andere Menschen interessiert sind, da etwas von Ihnen zu lernen. Etwas anderes ist, produzieren Sie zum Beispiel Lernvideos zu dem, was Sie gerade in der Vorlesung machen. Damit dokumentieren Sie auch, dass Sie willens sind, nicht nur etwas zu lernen, sondern Sie dokumentieren auch, wie Sie das verarbeitet haben, wie Sie das aufbereiten, was Ihnen auch noch was fürs Studium bringen kann. Noch andere Sachen. Suchen Sie Gruppen auf Twitter, auf Facebook. Gibt es Möglichkeiten, Gruppen beizutreten, von denen Sie etwas lernen können, wo Sie Erfahrungen machen können zu beliebigen Themen? Oder engagieren Sie sich in einem Verein wie dem Chaos Computer Club? Oder gehen Sie zu einer Initiative, zu einer studentischen Initiative? Zum Beispiel gibt es hier in Gießen das Consulting Network von Studierenden gemacht. Vielleicht eine stärkere BWL-Ausrichtung, aber vielleicht ist das auch etwas, wo Sie sich einbringen können. Machen Sie irgendwo ein Praktikum, gehen Sie als Werkstudentin, da sind die Erwartungen noch gar nicht so hoch, dass Sie Erfahrung haben. Und dann ist Work Ethics. Machen Sie einfach. Bringen Sie sich ein, helfen Sie, machen Sie sich nützlich. Darüber sammeln Sie Erfahrung, Sie bekommen Einblicke, es sind schöne Möglichkeiten. Helfen Sie in einem Orga-Team einer Konferenz. Dabei sammeln Sie auch Erfahrung, Sie kriegen einen Grip an Dozenten dran, Sie kriegen mit, wie die Themen aufbereiten, wie Workshops, welche Teilnehmer da sind. Das ist alles ganz, ganz viele Bausteine, wie Sie Erfahrung sammeln können. Das alles neben dem Studium. Was Sie unbedingt machen sollten, mein großer Tipp daran ist, dokumentieren Sie Ihre Lernerfahrung, was Sie da machen. Denn ohne Dokumentation kann sich auch niemand angucken, davon überzeugen, dass Sie etwas gelernt haben. Und der Dokumentationsprozess an sich ist schon wertvoll, auch für Sie. Und hat immer, birgt die Chance, dass Sie in andere dabei zuschauen und sich mit einbringen. Und das ist der Anfang zu einer Community. Fangen Sie also an, auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter Texte zu posten, was Sie gelernt haben. Schreiben Sie was in einem Blog oder auf Medium. Immer der Punkt ist, machen und dokumentieren Sie öffentlich die Dinge, die Sie da tun. Wie ich am Anfang schon mal erwähnte, das hilft jemand, der Ihnen einen Job geben möchte, sich auch davon zu überzeugen, dass Sie tatsächlich ein Mensch sind, der lernt, der Erfahrung sammelt. Und ich kann mir die Güte der Qualität, die Qualität und überhaupt den Willen zum Erfahren sammeln. Das kann ich mir anschauen, weil es eben dokumentiert ist. Und es hilft mir auch besser, Sie einzuschätzen, Ihnen vielleicht das Richtige zu geben oder zu sagen, na, wir passen vielleicht an der Stelle nicht zusammen, aber geh doch dorthin. Das ist ein ganz anderer Anfang, den Sie da haben, als wenn Sie einfach sagen, ja, ich habe im Studium das eine oder andere mal programmiert. Das Studium an sich sein, wie ehrlich, das bringt noch nicht so die Erfahrung mit sich, die Sie brauchen für einen Beruf. Da müssen Sie etwas selber tun. Das Studium will etwas anderes und macht Sie nicht unbedingt komplett fertig für einen Beruf. Das will auch Bildung vermitteln. Und manche Sachen sind auch nicht geeignet dazu, Ihnen das anzubringen, was jemand für einen Job haben möchte. Und Sie wollen ja auch schon neben dem Studium arbeiten. Was Sie vielleicht auch akzeptieren müssen, wenn Sie neben dem Studium anfangen zu arbeiten, wenn das funktioniert, wenn Sie so einen Job gekriegt haben oder wenn Sie vor Zeit investieren um diese Erfahrung zu sammeln, möglicherweise wird dann Ihr Studium ein bisschen langsamer. Aber was soll's? Der Punkt ist, planen Sie das, haben Sie ein Ziel vor Augen, wann Sie fertig werden wollen und planen Sie dann eben einfach weniger zu machen in einem Semester. Das entspannt meistens die Lage dramatisch und Sie haben Zeit für die beruflichen Aspekte, wo Sie auch wieder viele Erfahrungen sammeln, die Ihnen den nächsten Job bringen werden. Noch mal kurz zusammengefasst, was ich sehr, sehr wertvoll finde. Dokumentieren Sie Ihren Lernprozess. Also machen Sie und dokumentieren Sie. Und ein anderer Punkt, versuchen Sie Einsamkeit zu vermeiden. Machen Sie nicht zu sehr Ihr Ding alleine, weil dann müssen Sie immer darauf setzen, dass Sie innen drin die ganze Motivation haben, statt sich inspirieren zu lassen, von einer Gemeinschaft, in der Sie sich aufhalten, wie zum Beispiel zu einem Barcamp zu gehen. Das treibt sich viel, viel schneller an, bei diesem Thema Erfahrung sammeln, auch Spaß zu haben und das nicht nur zu tun, damit man irgendwie einen Job kriegt. Viel Erfolg dabei und wenn Sie wieder Fragen haben, gerne in den Kommentaren, auch sonst, was Sie interessiert. Machen Sie es gut.